Wir haben heute auch wunderschön gedreht. Wir haben mit den Jungs von Tokio Hotel eine wunderschöne Folge von Tinder wieder gedreht. Ich sage es mir wie es ist, es wird ein absolut wildes Video. Ich denke mal, das kommt nächste Woche Montag, Dienstag um den Dreh raus. Und es war ein unglaublich...